Friday-Feelings on a Wednesday. Ich hab immer Friday-Feelings, das kann ich nicht sein. Wer postet denn sowas? Nein, zu früh. Zu früh zu raten. Mhm. Das war dieses Jahr, das hab ich sogar gesehen. Ich gamble mal. Kevin Volland. Scheiße. Nächster. Boah. Eine richtige Stadt getroffen. Kann ich zwei gehen für den Fünfter? Für den Fünfter? Uh, jetzt ist... Das ist Rambo. Scheiße. Ich kann ja sowieso sowas posten. Nächster. Karim. Nein, Karim. Gut, weiter, weiter. Bist du... Weiter, ne? Ja, okay. Nächster. Kann ich sein. Ah, der ist hier, ja! Kannst du dich eine eigene Post machen? Äh... Das ist Kevin Volland, das ist Kevin Volland, ja. Spar, von Spar jetzt. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Was war das mit K? Was war das mit K? Achso, ja, stimmt. Wie steht's? 3-1? 3-1. Jetzt muss es sein 3-1, ja. Okay. Friday-Feelings on a Wednesday. Ich hab immer Friday-Feelings. Das kann ich nicht sein. Okay, Englisch mal. Ah, Kai Havertz. Ah. Aber macht der das selber? Wisst du das? Macht das in Englisch? Der kann nicht so gut Englisch, ganz ehrlich. Ja, das ist überragend, ja. Ja, das nur zeigt, dass er immer ein Instagram hat. Da hast du kein Leben gehabt, ja. Stimmt, scheiße, ja. Das war eigentlich kein Sieg dabei. Überraschend schwer. Überraschend schwer, einige einige, ja.